Ladies and gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Handy-Review und heute spielen wir Bogenschützen bzw. The Archers. Viel Spaß! Ja, wir spielen Bogenschützen bzw. The Archers. Im Playstore steht es als Bogenschützen und als App-Name steht dann The Archers da. Ja, dieses Spiel ist von Happy Dragon, hat 100.000 Downloads und ist gute 55 MB groß. So und wie ihr schon seht, es gibt zwei Charaktere bzw. zwei Strichmännchen, wenn man diese als Strichmännchen bezeichnen darf. Und Ziel ist es, jeweils den NPC mit einem möglichen Bestfall mit einem Headshot wegzuballern oder ihn zweimal anzuschießen, dann ist er ebenfalls weg. Den Apfel, den er auf dem Kopf hat, sollte man sich holen, wenn man ihn dann trifft, aber er hat mir einen Headshot gedrückt. Leider, leider, leider. Mehr kann man mit diesem Spiel auch nicht machen. Also es ist wirklich immer nur hier wieder dieses Hin und Her, aber letztendlich bei Subway Surfer oder so kann man auch nicht mehr machen außer Rennen. So, die Farbe wechselt immer schön, es ist sehr schlicht gehalten. Ich will den Apfel haben. Verdammt, der Apfel hätte nämlich den Pfeil, der bei uns drin steckt, weggemacht. So. Und entweder drückt der Gegner uns einen Headshot oder er drückt uns zwei Pfeile rein, dann sind wir auch down, so wie jetzt. Die Schwierigkeit kann man nicht einstellen. So, man muss ja immer gucken, dass das vom Winkel her passt. Ach man, wieder zwei Pfeile kassiert. Und es ist echt auch eine Sache von Schnelligkeit. So, zack, Headshot. Scheiße. Und es ist schon schwierig, immer dann wieder den Winkel umzustellen. Also manchmal hatte ich wirklich Glück, dass ich Reihen von Headshots gedrückt habe. Wodurch dann natürlich auch mein Highscore entstanden ist. Ich habe immer Glück, einfach direkt einen Headshot im ersten Schuss. Und jetzt hat er uns eingedrückt. Scheiß NPC. Nein. Mann, ey. So eine Kacke. Das war ein Headshot. Der war eindeutig am Hals. Ah, jawohl. Oh mein Gott. Nein, der war so knapp. Was mache ich denn? Was mache ich denn? Was geht da weiter? Scheiße. Fuck. So. Zack. Weggemacht. Oh. Hui. Der Pfeil fliegt. Headshot. Oh, der hat uns auch eigentlich ganz schön eingedrückt. Jawohl. Scheiße. Weg. Was mache ich denn? Headshot. Headshot. So. Scheiße. Weg. Headshot. Oh, der steht so nah vor mir. Headshot. Scheiße. Der hat uns eingedrückt, der Wichser. Headshot. Ups. Jawohl. Scheiße. Troffen. Troffen. Headshot. Jawohl. Ah, fuck. Auf jeden Fall macht das Spiel super viel Spaß. Also mir zumindest. Ich mag Bogen schießen. Ah, fuck doch auf, ey. So. Nein. Den haben wir hier. Spiel mal so ein bisschen Legolas. Von Herr der Ringe. So, den haben wir. Aber der hat uns auch. Dieser Wichser. Okay, noch einmal im grünen Hintergrund. Jawohl. Headshot hat einen nach dem anderen. Nein. Mann. Die NPCs, die sind manchmal stark, manchmal schwach. Also, habt ihr ja definitiv gesehen. Und ich gebe dem Spiel 9 Punkte. Denn es ist einfach mega geil. Ich finde es super. Es ist, dauert nicht lange. Es ist super einfach. Aber es fehlt zur 10, fehlt dieser, dieser gewisse Kick wieder. Dieses gewisse Etwas fehlt. Ich danke euch fürs Zuschauen. Haut rein, bis zur nächsten Woche. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020